So, und da sind wir da bei Slime Rancher. Und, ja. Das tut mir auf jeden Fall weh. Aber die treffen außerhalb irgendwie nichts. Zum Glück. Aber warum wird das hier hingeschossen? Wahrscheinlich wegen der Explosion. So, geben wir das auch mal eben weg. Und dann werden wir uns mal ein neues Gebiet falsch halten. Ich weiß nicht, sollen wir das hier? Oder lieber die Grotte? Erstmal geben wir denen was zu essen. Hier kommt noch ein dazu. Hier bekommt zwei dazu. Hier kommt generell was dazu. Und ihr sowieso. Ihr braucht noch ganz viel. Was haben die denn? Ach, die wollen zu dem Honig. Oder? Wollen die da hin? Keine Ahnung. Eigentlich dürften die den ja nicht sehen. Verkaufe ich mir. Ich kaufe mir Dateien. Das andere kann ich mir ja immer noch holen. So. Was haben wir hier? Auf jeden Fall mehr Hühnchen. Ist das hier die Stelle? Ja, das ist der Ort, wo ich in der letzten Folge hingekommen bin. Was haben wir da? Wie geht's weiter? Na, euch wollte ich sowieso. Da haben wir nochmal was zum Füttern. Das könnte ein bisschen länger dauern. Weil das wieder mit Hühnern ist, die sich sowieso hier selbst morden. Oh, die Gegend gefällt mir. Muss ich schon sagen. Ist ein bisschen wilder. Aber hat was. Ist sogar ein Skelett. Das geben wir dem da hinten schon mal. Da oben haben wir aber auch schon wieder ein Tor. Boah, führt das nicht genau zu der einen Stelle, wo ich schon mal hinter war? Das müsste doch jetzt genau an der einen Stelle rausführen, oder? Wenn ich mich da nicht irre. Wenn ich mich da nicht irre. Jetzt solltet der da hinten. Ne, sah nur so aus. Ähm. Dein Ernst? Nein! Was ist das denn auch so blöd gemacht, dass man das da überwerfen muss? Au. Auf jeden Fall können wir hier auch nochmal weitere Farmen aufbauen. Ja, und da sieht man es auch. Die Tür führt dorthin, wo ich schon einmal war. Was wir hier aufbauen, weiß ich noch nicht. Ich denke mal einfach nur weitere Farmen. Au. Genau. So. Haben wir das auch. Ich glaube, die sterben langsam hier. Sieht auf jeden Fall so aus. Was ich komisch finde, ist... Wofür soll ich denn hier bitte noch meinen... Ich glaube, muss ich schnell jetzt mal eben... Halt pflanzen. Mein ganzes Geld ausgeben. Ich habe doch eigentlich alles, was ich will. Ich brauche ja nicht mehr Farmen. Ich verdiene ja schon genug. Ja, das habe ich mir gedacht, dass hier nichts mehr sein wird. Was passiert, wenn ich hier... Ah, ich kann einfach nur was lesen. Wow. Ihr braucht nicht explodieren, nur weil ich da bin. Okay, weg damit. Was ist dieses Kristallzeugs da oben? Ist das von diesen... Puddle Slimes da, die wir schon gesehen haben? Keine Ahnung. 1795. Kann dauern, ist möglich. Ähm. Na, dat könnten wir machen. Wir haben sowieso zu viele. Äh. Acht nehmen wir einfach alle. Wenn der mir jetzt einfach nur hängen gibt, dann wäre das so dreist. Ich will nämlich schon was tolles haben dafür. Ach, verarsche. Ich meine, Heartbeat kann ich wenigstens gebrauchen. Aber das war jetzt keine gute Bezahlung für das, was ich da jetzt gemacht habe. Also, wir brauchen unbedingt mal wieder was zu essen. Also, essen wird hier knapp. Da sollten wir schon irgendwie eine Möglichkeit haben, dass wir dort schneller kriegen können. Ähm. So. Na gut, wenn hier auch Heartbeat rumliegt. So, durchs nächste Gebiet dürfte ich jetzt eigentlich schon kommen können. Und Upgrades dürfte es eigentlich ja auch nicht mehr geben, ne? Doch, Air-Dri- Air-Drive? Ja, wäre gar nicht mal so schlecht, aber... Ich will mir erstmal das Gebiet öffnen. So. Gehen wir wieder zurück. Und ich hab da immer wieder Heartbeat. Äh... Ich will eigentlich schon den Air-Drive haben. Das würde uns das auf jeden Fall einfacher machen, mit dem Dread-Pack hier rumzufliegen. Nehmen wir mich meiner Meinung nach auch viel zu viel Energie weg. Die dann immer dann wächst, wenn ich hier gerade fertig bin. So, jetzt habt ihr wieder was zu essen. Erstmal kriegt ihr, ihr habt viel zu wenig. So, würde auch nicht reichen, aber... So, ich brauche 500. Und dann gehe ich auch ins neue Gebiet mal gucken. Obwohl ich auch nur denke, das führt uns an die eine Stelle, wo die Höhle halt war und wo dann die verschlossene Tür war. Aber hey, macht ja Sinn. Und danach bekommt man wieder nichts für eine Zeit. Ah, jetzt geht das tatsächlich ein bisschen angenehmer mit dem Dread-Pack. So, was haben wir denn hier? Das sieht ganz schön aus. Das sieht eigentlich voll cool aus. Alter. Und hier muss ich noch das Teil für finden. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen weiter reise auf dem einen Weg und dann nochmal was finde. Dann kann ich die Abkürzung benutzen. Denn ich denke mal kaum, das wird nochmal unter dem Tabby-Slime dort hinten liegen. Wäre irgendwie komisch. Wie die einfach nur explodieren und nichts anderes tun. Haben die eigentlich genug zu essen? Ja, hier ist sowieso jetzt nachgewachsen. Äh, hier hab ich noch. Was liegt denn da hinten rum? Das nervt aber, dass das immer rausfliegt. Ja, hier gibt es auch nicht mehr so viel wie früher. Gut, da sind aber auch eine Menge von denen gestorben. Was könnte ich denn jetzt mal aufbessern? Au. Gehen wir dem auch mal in die Musikbox einfach nur damit zu haben. Und ich gehe jetzt mal durch den Teleporter. Die sind hier einfach immer noch alle. Und dann reise ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter, bis ich nicht mehr weiter kann. Ich glaube, da war aber auch so eine Tür, wo ich nicht weiter konnte, ne? So, den Puddle-Slime würde ich mal eben aufgehoben haben, damit ich den hatte. Und dann werfen wir ihn zurück. Weil ich ihn gerade nicht brauche. Ich wollte halt nur den Eintrag gehabt haben. So. Nehmen wir mal ein bisschen Wasser mit. Kann ich vielleicht gebrauchen. Jetzt nichts so wertvolles für mich. Kann ich eigentlich nichts mit anfangen. So, und hier war glaube ich... Ja, hier geht es noch nicht weiter. Hier ist nur der Weg zurück. Ich habe die Tür auch nicht gesehen, eben. Was ja noch viel komischer ist. Okay. Dann komme ich hier auch nochmal raus. Ja, danke. Ich nehme mich einfach dem Puddle-Slime mal mit. Keine Ahnung, was der mag. Hoffentlich irgendwas. Aber hier scheint es im Moment nicht weiter zu gehen. Müssen wir erstmal einen anderen Weg finden. Und einen Schlüssel brauchen wir auch wieder. Ich denke mal nicht, dass wir die so schnell bekommen. Au, au, au. Ich frage mich ja, wie ich das ganze Gebombe hier überlebe. So, ich glaube, ich gehe hier wieder raus. Aber was ich an dem Jetpack nicht mag, ist, dass der irgendwann nicht mehr weiter nach oben geht. Irgendwann hört der einfach auf. Ich lese mir mal in der Slime-Pedia jetzt mal durch. Was die mögen. Puzzle-Slime, was magst du denn? Wasser. Sonst nichts. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da kann ich ja nur drei Stück von denen benutzen. Gibt mir eigentlich nicht so viel. Da mache ich, glaube ich, mehr Verlust als Gewinn durch. Aber wenn man bedenkt, dass ich nur Gewinn mache, ist das auch schon eigentlich ziemlich egal. Ich versuche mal hier hochzuklettern. Wer weiß, vielleicht ist hier oben ja was. Außer ein Leck. Da hinten ist schon wieder ein Großer. Der hat vielleicht... ...den Teleporter. Aber was ist der nochmal? Flut. Na, von Flut habe ich jetzt nicht so viel dabei. Aber ich könnte mir wohl welche holen. Jetzt will ich hier aber erstmal weg. Am besten wieder da hoch. Aber ich glaube nicht, dass ich das so einfach schaffe. Ähm, das sieht komisch aus. Aber das muss vermutlich so. Ich meine, ziemlich viel in diesem Spiel sieht komisch aus. Und das ist gewollt. Was passiert eigentlich, wenn ich da ganz oben bin? Ja gut, geht nicht. Da rutscht runter. Ob ich hier die Abkürzung nehmen soll. Was passiert eigentlich, wenn man die Paddel Slimes mit anderen zusammentut, sodass die nicht mehr im Wasser nur leben? Ja gut, dafür braucht man erstmal Plots von denen. Und wenn ich die jetzt auch zu einem Rock Slime machen würde? Mein ja nur. Kann ich mir noch nicht leisten. Werde ich aber gleich. Das machen wir noch eben. Alter, hier werfen die wieder runter. So, ihr Paddel Slimes. Ihr mögt Wasser also gerne. Ich hoffe mal, da können die nicht rausspringen. Obwohl ich glaube, dass die schon können. Aber wollen die aber nicht. Anscheinend wollen die einfach nur da drinnen sein. Na ja, habe ich dann auch mal gebaut. Was kann eigentlich dieses... Das hier. Warum sollte ich das gebrauchen? Hier passiert ja nie was. Weil hier kommen ja keine Tar hin. Eigentlich bin ich sogar jetzt schon an der Stelle, wo ich gar nicht mehr so viel kriegen kann, ne? Wo ich einfach nur noch rumlaufen kann. Und eigentlich nichts mehr passiert. Weil ich schon so viel habe, dass ich... Ja, mir alles kaufen kann. Aber nichts mehr davon haben werde. Das heißt eigentlich, dass das Let's Play bald zu Ende ist. Wenn ich schon so viel Geld mache. Ich gehe da jetzt noch mal rein und gucke, ob da wirklich nicht die Tür ist. Die muss hier doch sein. Denn was hat das für einen Sinn, hier einfach einen Weg nach draußen zu machen? Ja gut, für den Teleporter aber mehr nicht. Da hatte man ja von dem anderen mehr. Ja gut, dann muss ich jetzt nur noch die Schlüssel finden. Und dann haben wir ja alles, denke ich mal, gesehen. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich die Schlüssel finde. Bei den großen Viechern. Wir haben ja zwei Stück gesehen. Und wir brauchen ja nur noch zwei Schlüssel. Also... Ja, werde ich die wohl dort kriegen. Und blöd ist, wir brauchen wieder Fleisch. Und noch dazu... Alter, werft das halt wieder hier rum? Wir brauchen Fleisch und Früchte. Und wir haben im Moment nur Fleisch. Hier kann ich mir nur durchlesen, was das ist. Okay, toll. Mein Datt hier könnte ich aufbessern. Haben wir hier mehr Platz drin? Kann ich noch mal tun? Kann ich noch mal tun? Passt aber auch wirklich mehr rein. Gut, bevor das hier wieder... Komplett aus der Hand gerät. Was sagt man dazu? Keine Ahnung. 21, ja, spinnst du? Ich hab ja nicht mal einen. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.